Hallo ihr Lieben, ja wir haben uns in der Corona-Krise bei Roberto Garcini natürlich auch mal was einfallen lassen, nämlich... Ja, jeder muss natürlich gegen die Krise arbeiten und wir bleiben zu Hause. Ich hoffe, ihr bleibt auch zu Hause. Wir haben uns geile Logos einfallen lassen auf unseren Shirts. Ja, und dabei gibt es am Ende des Tages 10 Masken gratis für eure Familie, weil die werdet ihr noch gebrauchen, weil in Österreich ist ja schon Maskenpflicht und ich glaube, in Europa wird es bald genauso passieren und dann habt ihr in jedem Fall schon mal einen Vorrat zu Hause. Viel Spaß dabei. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald. Ciao.